Maxima, die manchmal so herrlich uneitle Königin. Meist sieht man sie zwar perfekt angezogen, aber wenn das Styling mal nicht zützt, sieht man die Frau von Willem Alexander trotzdem strahlen. So wie bei ihrem Auftritt in Den Haag. Gemeinsam mit dem Staatssekretär spricht sie mit den Bewohnern und Beratern über Finanzen. Am Herbdesk können sich Menschen mit finanziellen Problemen nämlich kostenlos beraten lassen. Zu dem Termin trägt Maxima einen besonders coolen Look aus gelber Schlaghose und einer gestreiften Bluse. Damit unternimmt sie eine modische Zeitreise in die 70er Jahre. Doch ihre Frisur macht dem Styling einen Strich durch die Rechnung oder auch gerade nicht. Denn das Motto, die wilden 70er, trifft ihre Frisur eigentlich perfekt. Einem eindrucksvollen Auftritt können die verwuschelten Strähnen ohnehin nichts anhaben. Denn Maximas herzliches Lächeln rettet alles.